Hallo und herzlich willkommen, Freunde, hier zum kleinen, aber feinen Next Level Racing Cup V2 Price Raffle. Mann, 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 was war da gestern los? Drei unfassbar spannende Rennen. George Pufby hat das Ding mal wieder nach Hause gefahren, er hat auch den ersten Cup gewonnen. Sascha Wasner auf Position 2, Marco Bischoff auf der Drei. Die bekommen jeweils schon einen wunderbaren Next Level Racing Gaming Share, English Version. What exciting races was that yesterday? George Pufby is winning this again, Next Level Racing Cup Version 2. The second place, Sascha Wasner and the third place, Marco Bischoff. They will receive Next Level Racing Gaming Shares, guys. Wow! But now, we want to raffle another prize. One time, a gaming share among all the participants with above 75% in each race. And three times, a Ducky Voucher, you can see it here, Ducky. Yeah, for Ducky Products from Case King. Wir werden jetzt noch einen Next Level Gaming Share verlosen. Und dann nochmal dreimal 100 Euro Gutscheine von Ducky, wo ihr da die Produkte von Case King beziehen könnt, Freunde. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Das ist schon, wir machen das ja das erste Mal per Video, das ist die siebte Aufnahme oder so. Live kann ich das irgendwie besser. Aber das ist jetzt egal, Freunde. Los geht's. Als erstes machen wir den Gaming Share. Da haben wir die ersten drei rausgenommen, weil die haben wir schon einen bekommen. Aber der Rest. Wie gesagt, Voraussetzung war 75% in allen Rennen. So, Freunde. Ihr habt Bock, oder? Das soll jetzt auch losgehen. Und das geht jetzt auch los. Also, einmal Next Level Racing Gaming Share gibt es für. Wir verlinken das Ganze auch nochmal unten. Könnt ihr dann alles nachgucken, wer wie was gewonnen hat, beziehungsweise die Preise. Könnt ihr dann nochmal einsehen. Aber jetzt, Freunde, geht das los. Ab. Ein Next Level Racing Gaming Share geht an. Jevken Zyko. Congratulations, Jevken Zyko. You won a Next Level Racing Gaming Share. Wow. Wow. So, and now. Another one. Another Prizes. Three times Ducky Voucher. There are the winners in the raffle. Because, yeah, they won a Gaming Share, but they took part in every race. So, yeah, they can win this too. Also, Freunde, auch hier die ersten drei sind mit dabei. Die haben zwar schon ein Gaming Share gewonnen, aber ein Ducky Voucher, das können wir dann auch nochmal. Gucken wir aber einfach mal, wer jetzt hier gewinnt. Wie gesagt, Voraussetzung auch hier 75% in den drei Rennen mindestens. Habt ihr Bock? Los jetzt. Dreimal, 100 Euro, three times, 100 Euro Ducky Voucher. Let's go. Whoop. The first one. André Jochi. Congratulations, André Jochi. Du erhältst einen 100 Euro Gutschein für Ducky Produkte von Case King. Zweiter. Let's Fetz. Let's Fetz. Doppelglück. Die FGN Zyko hat einfach Doppelglück. Herzlichen Glückwunsch. Die FGN Zyko gewinnt einen Gaming Share und 100 Euro. Junge, Junge, der ist ja dann voll ausgestattet. Congratulations. Double luck. Double luck. More than luck. Congratulations, die FGN Zyko. You won 100 Euro Ducky Voucher. And the last one. Let's have a look. It's George Poofby. George Poofby, congratulations. You will receive Next Level Racing Elite Gaming Share. These are so much words to spell it correctly. You won Next Level Racing Gaming Share Elite and 100 Euro Ducky Voucher. That was it. That was it schon, Freunde. That was it schon. So schnell geht it. Dann würde ich sagen, Tschüss, oder was? Herzlichen Glückwunsch an nochmal die Gewinner. Wie gesagt, ihr werdet auch nochmal benachrichtigt. Werden wir auch einen Post noch machen. Ihr werdet dann auch angeschrieben. So, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. So, we will contact you via the website, I think. And we will make a post. So, you will see that you have won something. And now, Werbung, Advertisement. Los geht's und Tschüss. Los geht's und Tschüss. Los geht's. Los geht's. Los geht's und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020